Was ist das? Wer bist du? Was machst du in meinem Video? Das ist immer dasselbe. Anyway, kommen wir zum Punkt. Nummer eins wäre nämlich meine Schlafanzugruse. Punkt Nummer zwei wäre, dass das Duschgelmonster nicht tot ist. Ich habe versucht, das zu töten. Jahrelang. Ich habe aussortiert, ich habe verschenkt, ich habe abgelaufene Duschgele, die teilweise schon seit sechs Jahren vor sich hin rotteten, weggeworfen. Und ich habe mich eine ganze Weile ziemlich gut geschlagen und habe tatsächlich nur, ich glaube, ein, zwei Duschgele gehabt und habe die tatsächlich aufgebracht, bevor ich dann das nächste angefangen habe. Jetzt vor ein paar Wochen und eigentlich schon vor Monaten ging es dann. Es ging bergab, es ging stetig bergab. Ich habe jetzt seinen Höhepunkt gefunden, als ich vor ein paar Tagen im DM war und einfach mal, ich glaube, vier oder fünf Duschgele gekauft habe, obwohl ich noch genug unter der Dusche hatte. Und da war mir klar, ihr müsst es sehen und ihr müsst mit mir eine Selbsthilfegruppe eröffnen. Schlecht für meinen Geldbeutel, schlecht für den Platz in meinem Badezimmer. Kurz zu der bescheidenen Ansammlung, die aktuell in meiner Dusche ist. Das hervorragende da Avocado-Öl-Duschgel. Ich liebe es. Es riecht so herrlich. Das ist übrigens... Ne, Moment. Ist das das nachgeklaufte oder ist das das aus meiner Dusche? Ich habe gestern eins leer gemacht. Da stand aber noch eins. Also eins ist aktuell in meiner Dusche und eins müsste noch im Backup sein. Wo ist es? Das Duschgelmonster hat so gut gehortet, dass es seine eigenen Sachen nicht wiederfindet. Oh mein Gott, le petit, mach seriés. Spricht man es so aus? Das französische Duschgel. Was es jetzt neu im DM gibt, was ich seit Jahren beobachte und von dem ich niemals gedacht hätte, dass es so gut riecht, phänomenal. Die Mandelvariante. Ich könnte mich ja an Mandel sowieso reinsetzen. Ihr wisst wahrscheinlich noch von meiner Obsession mit der Mandelserie von L'Occitane. Was, wenn ihr mich fragt, wahrscheinlich der beste Duft dieser gesamten Welt ist. Und das kommt dem sehr, sehr ähnlich. Es riecht nochmal anders. Ich finde, es riecht nochmal wärmer. Aber das ist ein grandioser Duft. Und der ist so viel günstiger als das L'Occitane Duschöl, was ich übrigens jetzt auch schon eine ganze Weile nicht mehr benutzt habe. Es gibt ganz viele andere Geruchssorten. Mir wurde bei Instagram, glaube ich, auch gesagt, dass der DM erstaunlich wenige hat, weil es davon wohl Krabum eine ganze Reihe gibt. Ich habe an den anderen gerochen. Ich fand Milch noch ganz nett. Vanille ist auch sehr beliebt. Aber ich stehe ja nicht so auf Vanilledüfte. Und ich habe letztens im DM noch einen zweiten gekauft, weil ich so Angst hatte, dass mir der hier leer geht. Es ist wirklich göttlich. Es ist absolut göttlich. Es ist, ich kann es gar nicht in Worte fassen. Wenn ihr von allen Dusch geht, die ich euch zeige, irgendwie nur eins mal beschnuppern wollt, dann ist es tatsächlich this one. Ein PR-Sample und das einzige Duschöl, Öl, Öl tatsächlich, was ich aktuell im Gebrauch habe, ist von Misha das Oatmeal Body Oil Wash. Und ich muss sagen, am Anfang mochte ich den Geruch nicht so gerne, weil es einfach nicht ganz meine Richtung ist. Es riecht auch so ein bisschen wie diese ganzen Naturprodukte. Jetzt ist es überall. Nein! Es riecht ein bisschen wie die ganzen Naturprodukte, wollte ich gerade sagen. Ihr wisst, was ich meine. Diese leicht Naturkosmetik, Bio angehauchte Schiene. Aber mit der Zeit ist es mir total ans Herz gewachsen. Und die Konsistenz ist auch voll super. Ich liebe Öle. Ich liebe Öle fürs Gesicht. Ich liebe Öle. Für den Körper zum Eincremen nach dem Rasieren an den Beinen finde ich das grandios. What am I gonna do? No! Das Geschenk von einer Freundin. Ich wäre niemals darauf gekommen, mir das hier zu kaufen. Von Freiöl Wasch- und Duschcreme pH 5,5. Aber ist total angenehm. Hat eine superschöne Konsistenz. Liegt so nach gesund, pflegend. Klingt jetzt total unattraktiv, oder? Aber es ist echt schön. Ich habe sogar darüber nachgedacht, es mir nachzukaufen. Aber ich darf jetzt erstmal keine Duschgel mehr kaufen, okay? Auf Empfehlung von derselben Freundin. Moni, ich merke gerade du. Du bist vielleicht darin schuld, dass das Duschgelmonster wieder lebt. Balea Duschschaum. Fresh and fruity. Mit Limette und Pink Grapefruit. Wow. Mie 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 mie. Ich weiß schon mal, was nach diesem Video in die Waschmaschine darf. Ich. Und meine Hose. Ja, das waren die aktuell im Gebrauch. Jetzt kommen wir mal zu den 7.000, die ich nachgekauft habe. Also einmal wäre es ja so eins gewesen. Dann von TTZap, ganz toll, habe ich entdeckt, so eine Hallo-Serie. Das fällt mir jetzt erst auf, dass die Hallo heißt. Hallo Lebenslust. Hallo Schönheit. Und Hallo Glückstag. Die fand ich faszinierend lecker. Also was ich bisher ausprobiert habe, weil ich es natürlich nicht lassen konnte und alles anbrechen musste, damit möglichst viel kaputt in der Dusche rumsteht, ist die blutorange Minze. Oh mein Gott, die riecht richtig frisch, fruchtig. Absolut nach Sommer und Urlaub. Und ich bin auf einem anderen Planeten, wenn ich das rieche, ist das absolut herrlich. Dann gibt es noch Granatapfel Magnolie. Das riecht so ein bisschen mehr blumig. Und oh mein Gott. Oh nein. Es tut mir sehr leid, aber ich glaube davon wird mir schlecht. Ich hasse das, wenn etwas im Laden irgendwie anders riecht, weil man gerade noch zwei andere Sachen in der Nase hatte. Und schade. Uh. Okay. So. Hallo Lebenslust. Matcha Tee Goji Beere. Ja, das gefällt mir noch. Tee ist ja der nächste Geruch, mit dem man mich immer kriegen kann. Schwarzer Tee, grüner Tee. Ich könnte mich da reinsetzen. Oh, und es steht vegan drauf. Für die, die es interessiert bei dem hier, bei dem hier nicht. Und bei der armen Granatapfel Magnolie steht es auch nicht mit drauf. Aber das hier ist vegan. Eins hätte ich fast unterschlagen. Von Kneipp das Duschtonic. Das ist übrigens der Grund, weshalb ich überhaupt zu den anderen gegriffen hatte, weil die nämlich daneben standen. Das Duschtonic Pink Grapefruit und ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Vettiva. Vettiva. Herrlich. Ich sehe da nicht an irgendwas, aber ich weiß nicht mehr an was. The Body Shop? Hatte ich nicht mal eine Pink Grapefruit The Body Shop Obsession? Das ist eine Weile her. Okay, fassen wir zusammen. Aktuell in Benutzung sind drei, vier, fünf. Und ich habe fünf nachgekauft, von denen ja eins hoffentlich ein Heim findet bei jemandem, der es ganz doll lieb hat. Das heißt, wir sind jetzt bei neun. Hervorragend. Eigentlich zehn. Ihr solltet mich updaten zu eurem Duschgelmonster-Status. Ich wäre maximal gespannt. Gerne auch, wenn ihr keine Kommentare irgendwie bei YouTube schreiben wollt oder mir ein Foto schicken wollt, dann schickt mir das gerne als Insta-Story, weil ich nämlich eine kleine Insta-Story Obsession irgendwie hege und sowieso generell sehr viel bei Instagram bin. Also, falls ihr da mal vorbeischauen wollt, sehr, sehr gerne. Ich verlinke es euch unten in der Infobox. Und falls ihr mir ein Duschgel empfehlen könnt, tut es nicht. Bis bald!